Da 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 Wing Commander Also nächste Mission, weil es so viel Bock macht Wir müssen einen Konvoi eskortieren Da bin ich am... Da sind immer noch voller Schub drin So... Automatisch Rückspieligkeitsanpassung Na, jetzt So, ich wette mein Navigator muss gleich wieder Und dann Autopilot anmachen So... Muss her Hier ist nirgst du Alles klar, dann Autopilot Autopilot, Navigator nicht schlafen Jawohl Das ist unsere Flotte Ja, das ist unser Flotte Genau Ja, acht Schiffe, ja Ja, warte mal hart, je nachdem wieviel Ärger da ist Können acht Schiffe... Oh, da fängt der Ärger schon an Alles klar Was haben wir denn da? Ja, ah, das hier sind die... Das sind die etwas... Größeren Ärger mit Turrets Tja, die Frage ist, sollst du jetzt schon... Deine... Arquete verschwinden Oder nächstes Der ist schon weg, oder ganz? Das ist mir gut Ja, wir haben aber noch acht Schiffe, die hier mitbegreifen Und ein bisschen... Und tschüss Nein, die haben hier aber nicht zugerechnet bekommen Schade Gleich mal... Dritt mal Y und T Da sind unsere Kumpels, okay T ist für nächstes Ziel, ne? Musst du hier gleich mal machen Alles klar, Autopilot rein Was war das denn für ein bisschen rum? Wir müssen jetzt zu einem Convoy Also, mehreren Schiffen Und die müssen wir beschützen Wie ist es denn, dass wir da sind? Ja... Wir müssen jetzt zu Fischern Ja... Ja... MOREFERN Das ist der... Das sind... IP-1 Das ist der Fischer Nee... Ein Herz Das ist der Fische Schildgewehratoren zerfangen. Er ist auf uns zugehört gekommen. So, ziehen wir das Visier an? T. Stopp, ne nur einmal kurz. Warte, ich visier den Konvoi an. Warte mal, Alt M ist automatische Geschwindigkeitsanpassung raus. Mach mal. Alt M, Alt drücken und M. Alt drücken und M. Ne, M. So, fliegen wir da mal Autosuppe hin. Gucken wir mal, was hier so los ist. Hier sind jede Menge Schiffe überhaupt drin. Ich losen, ja. So, nochmal M. M, wenn du M drückst, ja, für M, dann einmal nur antippen, dann erfasst der die Geschwindigkeit von dem Ziel. Wenn ich jetzt hier nächstes Ziel erfasse, da ist die automatische Erfassung raus. Äh, Establish Autopilot Link. Drück mal Autopilot, bitte. Man hätte nur vielleicht mal aufpassen sollen, weil die Mission hier ist, ne. Komisch. Boah. Oh, wir haben ja. Ne, ne, ich hab da das Ziel nachdem, wen ich da analysiert habe. Gibt's hier ein Dabi der Zwischenpunkt? Ja. Gibt's hier? Man kann mal gucken. Basic Keys. Wofu und Targeting. Message for the Warbun. Energy Management. View. Eropischen Gewinns, Gewinns, Gewinns. so du kannst auch noch die vorwärts du kannst du noch sagen welche schilder vorne hinten links rechts stärker sind aber das ist ein bisschen übertrieben komisch da stand etwas von ist typische Auto-Paint-Link, vielleicht muss man jetzt einfach ein bisschen jeweilige Lüte fliegen. Unsere Jungs sind weg. Ich bin jetzt nicht da. Ich drück mal M. Sind das alle unsere Schiffe? Ja. Ich würd mal sagen, ja. Es sind keine Feinden hier. Da ist auch nichts los. Wir sind halt nur von Floppen. Okay? Weiß er nicht. Der Kollege hier. M. Wie fliegst du da drauf zu? Ich weiß gar nicht, wie langweilig es ist. Ah, Liebes-Tet-Würcht, okay. Alles klar, dann Navigations-Computer an. Hier Navigator in den Punkt rein. Vergesse. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich muss sagen, schalte ein Auto-Büro an. Ziemlich große Frachter hier. Ja, wir brauchen noch Schiffe. Wir brauchen Schutz. Oha, das sind richtig viele. Ja, da kommen jetzt noch ein paar große Frachter. Oha, das ist gut. Wir sind jede Menge böse in uns. Wir sind aber nur acht. Da sind aber nur acht kleine Schiffe. Genau. Ist gut. Wir haben Angst. Was ist denn das denn für komisch? Ja, da sind wir mit dem Schutzturm. Gönnen wir dem vielleicht mal eine Rakete. Aber aus der kurzen Distanz den Raketen geht's. Prost! Ja, noch halb nicht schnell. Ich muss das jetzt mal machen. Das Ding geht viel über dem Clear-Loot-Beton mit dem Joystick-Pack. Gucken wir mal. So richtig gucken, das ist jetzt nicht. Zwei Jungs. Okay. Zwei Jungs. Und äh... Ich hab mal Sackbundschafts-Horakete. Hast du Hunger? Dann fritz mal meine Kanone. Joa, du hast sehr viel Hunger. Ja, ich hatte mich schon mal gut. Oh, war das Essen so faul. Dir schmeckt's auch. Dir vielleicht auch. Oh, dir schmeckt's. Rakete am Hals. Ausgekürzt. Ja. Nächste hier. Keiner nicht da? Okay. Ja. Wir fassen mal unsere eigenen Schiffen. Tee. Antippen. Achso, nee. Wir können zum nächsten Wavepoint. Okay, dann. Los geht's. Yeah! Prost der Fregatte. Ja, das ist ein Transportschiff. Keine Fregatte. Fregatte ist ja ein Fliegschiff. Also können die Jäger da drüber fliegen und einfach mal bombardieren, oder wie? Oh. Da. Was kriegt jetzt... Was sind das denn für dich? Ja. Da sind jetzt Raketen. Die müssen wir jetzt weghauen. Kannst du jetzt nicht die... Bei der Mund. Das ist nicht gut. Kannst du nicht vorne! Mein Problem ist, dass wir kommen. Nun wird nachher auf die We spatiale gestiegen. Aber wir müssen das nicht mehr überfahren. Jay, jetzt mal wehren. Nein, nein 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 nein! Nein, 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 nein. Gut, sieht gut aus. Ich habe schon gehört. Ja, und noch hat er nichts gehört. Ich habe damit in die Hälfte. Hältst du ab? Ach, okay, okay. Ja, also, eigentlich ist das da ein Fruchtwunsch-Convoi. Aber anscheinend irgendeine politisch interessante Person namens wird. Wir ließen, stimmt. Dann sind die dann im Sohn drin. Im Kind ist doch geirrt. Ah, da ist ein ganz hochrangiger Politiker drin. Gut, dass die Raketen durch die Panzerung geht. Okay, alles klar. Dann Autopilot rein, mein Freund. Okay, in einer von den großen Transportern ist halt der Gouverneur von dem Sektor drin. Oder von dem ganzen System. Okay. Kapitän. Ja. Ja, super. Destroyer. Das ist alles, was wir hier haben, die Jäger. Ja. Erstmal. Trinkt das überhaupt was, wenn ich den irgendwo verschieße? Trinkt das irgendwas? Ich glaub nicht, ne? Das schlägt halt alles ab. Okay. Wir können die doch mit Schlaffeuer wohl schießen. Okay, das wird sich so an als kämen. Jetzt noch ein paar Kumpels. Wir brauchen nämlich auch Bomber. Und die drückt man hier an die Autospeed an. Ich ruhe unsere Bomber. Die zerstören wir dann nix. Wir müssen den Torpedo reinjagen. Der ist weg. Das ist der nächste. Der Torpedo geht dann dir in die Autospeedanzer durch. Ja, der geht normal durch die Schiene durch. Ja, der kommt dann auch. Das muss bloß gegen diesen großen Frachter können ja nix machen. Das sind keine Frachter, das sind zerstörer. Frachter sind ja ziemlich traumlos. Wir brauchen Verstärkung. Hier hat sich nur die Bude weg. Das ist weg. Die Paketen gehen direkt durch die Panzer rum. Wie durch die Stiltengenerator. Der kann jetzt keiner so gut fliegen. Oh mein Gott. Der wird schon geschädigt. Der wird sich auf. Bögen. Das ist mit der Kit. Divaldi. Der wird sich hier갔 gar nicht ab. Und jetzt habe ich auf eine Karte. Dähig. Was sind das denn für komische Läder? Guck mal, M. Also M, das ist auf jeden Fall nicht mal auf die Dingswege. Hallo, wie geht's? Du hast die Turbine verloren. Oh, schade. Oh, schade, ist jetzt auf. Keine mehr da? Was ist das? Drück Matthias, die sind fünfmalig. Was? Oh. Was ist das? We will leave you of this convoy. We stand relieved. Get back to the Hermes. She's already moving towards the approximate jump point. Good luck guys. Okay, dann mal Autopilot bitte. So siehts aus. Wir sind jetzt zu Ende. Also müssen wir schon wieder landen, ne? We're getting the hell out of here. Alles klar. Das müssen wir schaffen. Zweijägerwurm und WP3. M. Weißt du was der sagt? Das ist voll lustig. Stirb, du fellloser Freak. Ja. Die Katzen haben nur Fell. M bitte. Das ist ein. Das ist ein. Wärtschägen. Das ist ein. Oh, wir haben aber ganz schön viele Leute verloren, oder? Ich muss gerne noch einer sehen. Alle Fighter sofort landen nach der großen Hüse. Wieso kommen wir jetzt hier raus? Ja, wir sind auf der Zuhause stationiert. Wir sollen jetzt schnell nach Hause kommen und die Schiffe nachtanken und neue Raketen bekommen. Derweil da eine ganz große böse Kampflotte ist. So, hoffen wir noch einfach mit Nachbrennern hier rein landen. Man kann mit Nachbrenner landen. Geht alles. Oh, was ist denn da los? Das ist die Erde. Okay. Ach du mein Brüder. Das sind die Flotte. Ja, das sind aber die Bösen, oder? Das sind die Kirate. Ich weiß, das erkenne ich. An der Farbe von den Schiffen? Ja. Die rot sind. Das sind schon unsere Bösen. Das sind schon unsere Bösen. Das ist jetzt böse. Ups. Und jetzt? Das sind wahrscheinlich Raketen und Bomben. Ja. Ist das unsere Heimatbahn, nicht? Dann ja, aber ich glaube, ich bin mal gespannt, wie viel davon gleich noch übrig ist. Nix. Ja, ich glaube auch.